Passieren, ein rot-weiß-roter Schmetterling fliegt, das heißt, Österreich ist gleich zu Beginn dran. Das hier ist nicht Malmö, das ist Österreich. Wir fliegen mit dem Schmetterling in den Süden von Wien. Da hätte Natalia Kelly diese Woche eigentlich Latein-Schularbeit gehabt im BRG Baden. Liebe Grüße an der Stelle zum Public Viewing in den Innenhof. Für die größte Unterhaltungsshow der Welt kann man schon mal eine Schularbeit auslassen. Sie ist die Jüngste heuer, sie hat letzten Montag schon mit der ersten Probe hier begonnen und jetzt muss sie als Erste auf die Bühne. Natalia Kelly, ausführliches Porträt haben Sie vorher gesehen, ich darf Ihnen noch den Chor vorstellen. Monika Ballwein, Birgit Kubica, Regina Malinger, Karin Bauer und Hagen.